Noch ein weiteres Beispiel zur Preisabsatzfunktion bei Monopolisten und noch ein, zwei Vokabeln für Sättigungsmenge und Höchstpreis. Beispiel im Text. Bei 20 verkauften Produkten beträgt der Preis 50 GE, bei 100 sind es 10 GE. Also, was ziehe ich aus dem Text für Informationen? Einmal, das Schaubild ist nicht gegeben, ich habe es gemacht, weil es E immer so ist. Das ist die Vokabel MEGE, die Preisabsatzfunktion immer linear, abfallend, immer von einem Höchstpreis, der jetzt nicht gegeben ist, runter bis zur Sättigungsmenge, geklärt in einem anderen Video. Gegeben sind jetzt bei 20 verkauften Produkten, 20 muss ME sein, beträgt der Preis 50, der Verkaufspreis. Also haben wir 20 ME und 50 GE. Also der erste Punkt ist 20 Schrägstrich 50, immer XY oder ME GE. Nächste Information, bei 100 sind es 10 Geldeinheiten, also 100 und 10. 100 ME, 10 GE. Ich ziehe also die beiden Punkte raus, 20, 50, 100 und 10. Diesmal nicht mit Höchstpreis und Sättigungsmenge angefangen, wie in dem ersten Video, sondern jetzt zwei beliebige Punkte durch die Informationen, wie sie hier im Text sind. Alles weitere genau gleich. Formel haben wir ja schon geklärt. Y2 minus Y1 durch X2 minus X1. 10 minus 50 durch 100 minus 20. Ergibt minus 0,5. Dann nehme ich mir einen beliebigen Punkt raus. Ich habe mir jetzt XY den ersten Punkt genommen. Y ist 50. Minus 0,5 ist M. 20 ist X. Y gleich M mal X plus B. Einfach nur eingesetzt. Minus 0,5 mal 20 ist minus 10. Plus 10 rübergebracht. Wegen minus 10 plus B plus 10 rüber. 60 gleich B. Also ergibt sich die Preisabsatzfunktion. Minus 0,5. X plus 60. Vorne der Wert immer negativ. Stimmt. Hinten immer positiv. Stimmt auch. Und jetzt noch die Vokabel, wie komme ich an Höchstpreis und Sättigungsmenge, wenn diese beiden nicht von vornherein gegeben sind. P von X gleich 0 ist die Vokabel für Sättigungsmenge. Also ganz einfach die Preisabsatzfunktion 0 setzen. Wer da Probleme hat, nochmal die Videos Lösungsverfahren angucken. Entsprechend minus 0,5 X plus 60 gelöst ergibt 120. Also hätten wir bei 120 die Sättigungsmenge. Der Höchstpreis ist die Vokabel, entweder lese ich in E hinten schon ab oder nochmal fürs Verständnis 0 einsetzen. Also bei 0 ME wird der Höchstpreis erreicht. Wenn ich 0 einsetze, kommt hier in dem Fall 60 raus. Y gleich 60 wäre mein Höchstpreis.